Seid nicht traurig, keine Angst haben, seid nicht traurig, das Gefühl von gut aufgehoben sein. Ich möchte allen sagen, dass man vor dem Hospiz keine Angst haben muss. Erzählt lieber von mir. Ich fühle mich hier am roten Läppchen sehr, sehr wohl und es geht mir hier deutlich besser als alleine zu Hause. Seid nicht traurig, ich genieße jeden Tag. Ich war bei meiner Frau bis zum letzten Atemzug. Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig. Ich war bei meiner Frau bis zum letzten Atemzug und das hat mir die Angst vorm Sterben genommen. Einen Platz zwischen euch. Ich genieße jeden Tag und nehme alles auf, was ich kann. Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig. Erzählt lieber von mir. Traut euch ruhig zu lachen. Und lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte. Und lasst mir siten. Also, ich wanoof, dass mich nicht traurig. Und jetzt nicht traurig ist,akah ich nicht traurig ist? Bis zum nächsten Tatten, als ich bin frohling oder in dieser Tat.